So friends, ich habe gleich ein Date und ich freue mich so, ihr werdet gleich sehen mit wem. Leute, ich habe echt riesen Freude am vloggen wieder. Ich kann es gar nicht irgendwie, ich weiß nicht, ich hätte nie gedacht, dass mir das so fehlt nach dem Glitzmiss. Das ist dann wie so eine Leere in mir und deswegen freue ich mich sehr wieder zu vloggen. Ich kann euch auch gleich im Büro mein Outfit komplett zeigen. So, der gute alte Spiegel, Freunde. Also ich trage, wir fangen mal bei meinen Schuhen an, die sind uralt vom Sarah. Ich könnte definitiv mal wieder neue gebrauchen. Dann eine Netzstrumpfhose drunter. Die Hose ist von Opus. Diese Regenjacke ist vom H&M und darunter trage ich so ein schwarzes Oberteil. Und selbstverständlich ist Schanelski natürlich wieder dabei, of course. Handy, Schlüssel, ich bin ready. Guck mal, wer da hinten ist. Da. Hallo. Sind wir die Hübschsten? Sind wir die Hübschsten? Guck mal da. So, wir sind jetzt spazierend, weil der Herr hier nicht schlafen will und der Herr hier nicht schlafen will. Bist du ein Ganove? Du bist ein Ganove. Ja, ein Schlitzohr. Kind 1 schläft, Kind 2 schläft. Mein Babydate ist jetzt zu Ende und ich fahre jetzt ins Gym. So wie jeden Tag bis auf Samstag. Heute ist Samstag und eigentlich hätte ich heute meinen freien Tag. Aber da ich gestern nur eine Lymphdrainage gemacht habe und im Wellness war, da ich nicht mehr machen konnte, weil Tante Rosa an der Tür geklopft hat und gesagt hat, hallo, hier bin ich. Wenn man keine Pille mehr nimmt, dann kann man Tante Rosa auch nicht mehr so gut planen. Deswegen kommt Tante Rosa halt, wie sie lustig ist. Und heute ist halt eben so, dass ich wieder was machen kann. Ich fühle mich wieder gut. Und ja, deswegen gehen wir jetzt zusammen ins Gym. Ich fühle mich wieder gut. Ich fühle mich wieder gut. Ich fühle mich wieder gut. Nach dem Training und zwar ist da drin Eiweißpulver von Protein und das ist das Impact Diet Whey. Und dann habe ich noch reingetan Himbeeren und eine halbe Banane. Was ich jetzt hier mache, wie ihr sehen könnt, ist, dass ich Essen vorbereite. Ich koche Eier für meinen Salat. Und dann habe ich noch ein paar Mal. So. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018